Oh, da läuft ja ein B, mit explizit Camrys is a D, nix. Hey, was geht da, was geht da, was ist los, David P, die Nase auch dickfett oder was, oh man, ich hab pusten, ah, ich sollte nicht so viel scheiße in meine Lunge pusten, nein, aber was soll ich machen, ich glaub, es ist ein Virus, aber wenn ich Freestyle rapp, dann mach ich nie Schluss und rapp weiter in die Mikros, und zwar in diese AKG, Immun David P, ich mein, das ist der Scheiß, den ihr nie im Fernsehen seht, denn es passiert nur einmal und zwar hier in München im Sommer, damit 58p, das ist ne lyrische Zerbomber. Oh ja, ich kenn das, das ist so mit den Mandeln, wenn sie sich dann in eine Krankheit verwandeln, die wollen dann wohl auf Wandershop gehen, sowas ist in guten Zeiten gar nicht kennengesehen, weil ich kann das wohl verstehen, wenn das schmerzt, dann hat man sich das mit dem Rappen wohl vercherzt, obwohl ich hatte mal so ne Jam, ähm, ich glaub, es war im Jahre 93 und Ferris war noch dabei, und unser Mann DJ P, und vielleicht Zentri-Krugal-Typen, mit dem MC Basti, ey yo, es ist doch egal, auf jeden Fall hatte ich nen dicken Hals und hab noch vor dem Auftritt, ordentlich Chinaöl geschluckt, ey ja, mein Hals war so kaputt, der hat gejuckt, oh fuck, das war der shit, 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 shit. Hey yo, was geht ab? David P, was geht ab? Emo, was geht ab? Emo, was geht ab? Glamo, was geht ab? So, heute wird der Piano geklimpert, beat mal richtig mal hergenommen, so. Yeah, Flo und Mo und Dave V, ey man, man, Glamourlicious und XP. Hey, dreht die Platten ganz funky mit, denn wir sind hier und macht zu viert den Hit, yo. Wir könnten ja auch zu dritten Menage à Trois oder wie wär's mit Moin Quoi. Ja, vielleicht doch nix heute Abend, denn ich sieh nur ne Box und paar Buddels Beers. Die sind so eine offen, zwei noch zu. Ich glaub, ich mach jetzt das Mic zu. Ey yo, Emo, kein Problem, lass uns Pause machen. Du kannst hier dasselbe wie bei dir zu Hause machen. Außer Kiffen, das musst du auf dem Balkon. Aber XP und ich fühlen uns da wohl, wir Altgenossen im Kanton. Deswegen sprechen wir auch im Goetheplatz-Jargon. David 58p, live beim Mikrofon. Mit Flow in Mo. Und wenn ich rap, dann stimmt's so. Und alle sagen, 58p bringt uns Mad-Info. Natürlich bring ich euch die, wie Bill geht seine Windows auf den Markt. Aber viele sagen, dein Rap-Style ist bizarr. Irgendwann sind die Wörter so anders, ist das vielleicht der bayerische Slang. Und ich sag, nein, das ist so die Wortkombination, wie ich denk. Assoziation in meinem Hirn ausgesprochen durch Metaphern. David 58p nur für Lauschein, ich für Gaffer. Bei mir gibt's nix zu sehen. Außer so'n kleinen Typen mit Mütze und Brille im Gesicht. Mehr siehst du da nicht. Ja, 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 ja.